dann haben wir hier noch einen klein stein mit kleinstein wollen wir aber nichts zu tun haben ok genau trainerin ein parasek so was macht man nicht man ließ die regel durch alter das doof ist wir haben keine psychokinese mehr ok ein parasek da wechseln wir zu batok batok sein trainingsfreund die beiden haben immer zusammen trainiert oder meistens ja freund die frage ist wer geht das er drauf du oder ich schlampe du oder ich da kommt der duplexi so es gibt fließt sie von innen auf ein ei wird faul ich soll das kann jetzt irgendwie komisch gut cool du bist wirklich stark danke glaube ich badbrow wieso weil badbrow die meiste kb hat das ist der einzige grund dann ist hier offen dann ist hier offen gott der geht ein kleinstein ok verschwende ich keinen angriff dran so zwei oder drei trainer sind noch dann sind wir glaube ich raus das sind zwei und ich glaube es kommt noch einer oder der labert einem nur vor das könnte auch sein ok nur außerwerte dürfen passieren ok freund dann zeige ich mir wie außerwerte ich bin ein kingler cool irgendwo irgendwo cool ja nein fuck off fuck off mate mit toxin wollte ich nicht machen ich würde eigentlich säure machen ja zuerst button wie eine explosion das was schon krass genug ist und jetzt badbrow eigentlich unsere größte defense wall mit einer guillotine mit einer gottverdammten guillotine ja verdammt stein war sehr effektiv gegen käfer nicht gegen gift machen wir einen mega heep oder machen wir einfach stärker das reicht denke ich auch jo angegriffen hat der auch noch nicht ne kann er überhaupt einen angriff gerade schrei barriere oh man ich habe nichts gegen tourtok ich habe nichts gegen tourtok wir müssen ganz schnell hier raus Das ist mein Ernst. Fuuuck. You. Girl. Knuffhänzer. Gegen Bartox. Ich bin mir nicht sicher, ob Knuffhänzer schon... Ja, der hat schon den Gift-Typ. Okay. Dann ist das hier wenigstens ein ebenbürtiger Kampf. Außer, dass ich fünf Level höher bin und schon zweimal entwickelt. Ähm. Ja. Okay, Sir Bartington. Sir Bartington hat die Geschwindigkeit auf seiner Seite. Und die Attacke fliegen. Das muss ja wohl ein One-Hit sein, oder? Gut. Das habe ich befürchtet. Aber... Ich glaube an dich, Sir Bartington. Ich glaube an dich. Das hast du sehr gut gemacht. Oh mein Gott. Wow. Gelatine. Eine Erfolgschance von... 30. Ich sehe, was ich machen muss. So ein Kack. Okay. Vielleicht könntest du noch ein bisschen dauern, was nicht unbedingt von Vorteil ist. Ich gucke noch ganz kurz, was hier oben ist. Ist okay. Es war hier, ne? Ja, ja, was, was? Es hat was cooles. Würde ich nicht unbedingt hier raus wollen. Würde ich dich bekämpfen, mein Freund. Dann würde ich dich bekämpfen. Dann würde ich dich bekämpfen. Aber so... So nicht. Nein. Da habe ich momentan... Keine Zeit. Mm-mm. Oh manch. Okay, eat my butt. Ah, mensch. Butt, Bro. Baaht, Bro. Ehhh. Ehhhh. Ehhh. Ehhh. Bad, Bro, Bad, Bro, Bad, Bro. Auaua. Zwei Pokémon sind in der Siegestraße gefallen. Zwei Pokémon. Ich will so ganz kurz gucken. Äh, ja. Welche... Ja, okay. Dann lagern wir zuerst Button. Dann schauen wir mal. Ja, das ist die richtige Box. Okay. Okay. Wir heilen erstmal die vier. Oh, ja. Zwischen jedem Kampf werde ich die Top-Genesung benutzen. Dann darf ich sogar pro Kampf darf ich jeweils eine benutzen. Das sind mit Champs sind es fünf und nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten sind neun... Ne, warte, Quatsch. Nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten, nach dem vierten. Das sind vier mal sechs. Vier mal sechs sind 24 und fünf. Ich kaufe 30, dann ist gut. Ähm... Dann kaufe ich... Ne, Hyperheiler brauche ich nicht. Okay. Jetzt heißt es halt noch... Hm... Was kann man mitnehmen? Ach... Batman müsste Zubat sein. Badball ist Volteval. Baa-Buuuut ist Nebulak. Bigbut ist Riihorne. Battoon. Weiß ich ja, ich hab's gesagt gerade gar nicht. Badgrabber ist ein Krabi. Badda-Pupu? Butda-Pupu? Vistito. Ne, ne, Badda-Bana. Slimer ist ne gute Idee. Buttcheek. Buttcheek. Wir müssen auf jeden Fall Wasser-Pokémon ersetzen. Und dann... haben wir noch freie Wahl. Was machen wir? Battoon ist ein gutes Pokémon. Battoon. Was machen wir? Battoonys? Tentacha. Butter. Okay. Um... Dann kommen... Acht Sonderbabons. Eins hab ich ja rechtmäßig gefunden. Eins von den anderen theoretisch auch, aber das ist egal. Okay. Ähm... Meisterball. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee.